Und zwei Sannis. Ja, kannst eigentlich Schüsse lassen. Soll ich mir auch gestalten? Hauptsache die Sannitäter machen keine Scheiße. Und Fenric Kuh, der macht eigentlich ganz gut seine Arbeit bisher. Hä? Ich grad war er doch. Lol. Jetzt nimmt der Ingenieur? Jetzt nimmt der Sniper? Was denn nun? Ey, was ist denn das von Vollposten? Nein. Nein. Oh mein Gott. Er nimmt echten Sniper. Halt mal. Ein Sanni. Oh mein Gott. Aber den besten Sanni. Weil anspruchsvoll mit einem Sanni ist halt schon echt schwierig, ne? Naja, eigentlich nicht unbedingt. Kommt immer drauf an die gute Probe. Genetisches Material ist ein Rohstoff wie jeder andere. In der Armut der Verfehlerers bieten junge Mütter ihre Neugeborenen zur Stammzellenextraktion an. Blackwood betreibt. Handle damit. Wir müssen dieses Elend beenden. Wir werden alle Blackwood-Truppen eliminieren. Du hast den Promi gesetzt. Ach, du warst es. Michael. Du hast den Promi gesetzt. Ich will grad schießen. Schiebe mich zurück. Michael das Quiet und neutralisier seine Blackwood-Truppe. Ach, du hast den Promi gesetzt. Nein, ich bleibe aus. Aber das ist ein Pegasus. Geh das Council. Du hast mit den Köln gekoi. Vergnocken Schatz, ich kann nie die Ich kreis mich auf Schatz, ich kreis mich auf Schatz, ich kreis mir Die sind schon Ich bin fast Ich bin fast Wir sollten uns besser zurückhalten, nicht zu weit vorne, wir müssen langsam vorangehen, also wir müssen jetzt zusammenarbeiten, richtig, kommen wir uns zurück, da vorne sind drei Stück. Ah, das ist kein Sniper, das gibt ja einen Sniper. Halt es hier. Danke für die Hilfe. So, da vorne ist noch einer. Schuss können neutralisieren. Schwerer Schütze voraus, eliminiere ihn. Wir müssen nach den externen Schutz, die Stangen kommen. Ja, das ist ein Speer. Lass uns mal da hinlaufen, wo wir zu zweit hochgehen können. Weißt du, wo ich meine? Hier, da vorne. Da vorne, links, hier. Verrückt ihn zu flackieren und von hinten anzugreifen. Verrückt ihn zu flackieren und von hinten anzugreifen. Verrückt ihn zu flackieren. Also ich würde sagen, wir stellen uns hier so im Kilo, in diesem Bereich, wo ich lieber bin. Und wenn der dann, wenn der dann sein Zeug verloren hat, wenn er es nachlegt, setzt du hin, machst du Elektroschock. Jetzt nicht Special 1, weil hier ist es schwierig. Jetzt! 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 Entdeckung! Jetzt! Jetzt wieder rein. Komm mal runter, dann will ich in der Panzer und heil dich nochmal. Äh, jetzt. Warte, warte, warte noch! Nein, doch nicht! Viel besser! Viel besser! Danke, Roche! Jetzt! 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 Die Schütze neutralisiert! Da! Wieso schiebt mich einer nach vorne? Henrico, der ist ein Idiot! Der hat mich hier gerade nach vorne mit Schutz zum Schützen gespielt. Der Schütze ist getroffen! Ich zeig dir, dass die Lampen hin. Nicht her. Dafür, dass wir es mit einem Lampen machen. Danke für die Hilfe! Was haben wir noch? Ja, trotzdem. Ich höre sicher nicht, dass vielleicht noch welche Gegner kommen, wir sind auch nicht mehr richtig am Deck von unten gekommen. Guck mal, wie ein Leger sind. Ein netter Schrengmann, der hätte uns weggeballert. Checkpoint. Wiederherstellung und Wiederbelebung abgeschlossen. Der ist der Grab! Mal los! Der lebt noch. Achtung! Fangen! Wer gibt dich für die Evakonierung, nun rufschrauber. Mach! Entferção! B res. Bewegung! Danke! Aus dem Kommandflüschel Ich bin schon mal aufgezeigt, wenn er wenig Energie hat Ich bin schon normal, aber Ich bin schon normal, danke Ach du so, man hat den Kreuz für Flutty Ich bin hier Nee, nee, das ist jetzt was, da so ein gelbes Manche, manchmal haben Gegner Gegeben Gute Arbeit, Säudat, aber das war's noch nicht Haltet euch für neue Befehle bereit Ja, das kommt bei Ingenieur Einheiten von Blackboot führen in der Region Gegenangriffe durch Wir müssen sie zurückdrängen Der Feind darf die Stadt nicht betreten Ja, ich weiß nicht, dass wir euch haben 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 Hier müssen wir uns an einer kurzen Stelle halten Ich weiß nicht, welche Hier und Genau, hier Einer schießt hier durch Einer schießt von hier Oh, die Sani ist ja Zulatt lieber Weg nach von der Claimor hin Oh, ich bin jemand Jetzt bin ich wieder auf Oh, die Sani nicht Aber die Sani nicht Das hab ich gebraucht! Ich brauche Panzersatz! Ja genau, wir wollen da hoch, damit wir schneller sterben. Bist du bescheuert? Zu meiner Position! Ich werde das nicht schaffen. Danke! Was war denn das denn? Na, Kämpfer! Äh, heilt sich einer? Okay, halt sich. 3, 2, 1. 1, 2, 1.